Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigen, die mir auch mal ein Standpad mir zugeschickt hat, in der geht es um zwei parallel geschaltete reale Spulen, die hier diesem Bild zu entnehmen sind und die sollen einmal an ein Gleichspannungsnetz angeschlossen werden mit 10 Volt, dann fließen da bestimmte Ströme und dann soll es einmal ein Wechselspannungsnetz geben mit einer anderen Spannung, 12 Volt mit 50 Hertz als Frequenz und dann sind wieder zwei Ströme gegeben. Die werden jeweils durch diese beiden Spulen durchfließen und naja, eine Spule besteht eben aus einer Induktivität und die ist aus einem Draht gewickelt, der Draht hat jeweils einen Widerstand. So und dann sind hier ein paar Fragen gegeben, also man soll jetzt mal aus diesen Werten von Strom und Spannung und so die Werte der Widerstände und der Induktivitäten ausrechnen und schauen, welche Impedanzen, welche Scheinwiderstände ergeben sich hier, dann soll man Phasenverschiebungswinkel bestimmen. Da steht nicht so richtig da, was damit eigentlich für Phasenverschiebungswinkel gemeint sind. Könnte man vermuten, dass es sich da um die Phasenverschiebung der Ströme handelt im Vergleich zu der Spannung. Das soll man dann auch in einem Zeigerdiagramm zeichnen mit ein bisschen Maßstäben gegeben und dann noch am Ende die Spannung und Ströme nochmal als Zeitfunktion angeben. So und ja, die Frage war jetzt, wie geht man an solche Aufgaben ran? Da hat jetzt jemand schon irgendwie eine Lösung mit dazu geschickt. Deswegen wie üblich nehme ich das Ganze, kopiere das, füge das mal hier in mein Zeichenpad ein und fange mal zum Beispiel in blau an mit der Aufgabe A. Und also wir können uns überlegen, wenn wir eine Gleichspannung anschließen, dann wirken ja die Induktivitäten wie Kurzschlüsse. Warum wirken die Induktivitäten wie Kurzschlüsse? Ja, weil an einer Induktivität immer gilt UL von T ist L mal DI von T nach DT. Und wenn wir einen Gleichstrom haben, dann ist der Konstant, die Ableitung einer Konstante ist 0, dann ist die Spannung auch 0. Dann wird an der Induktivität keine Spannung induziert, obwohl wir einen Strom eben zu fließen haben. Also es gibt Strom, aber keine Spannung. Das ist das gleiche wie ein Kurzschluss. So, und das heißt, also wir können die Widerstände R1 einfach und auch den Widerstand R2 ausrechnen. R ist U durch I, indem wir diese Gleichspannung nehmen und die jeweils durch den gegebenen Strom da teilen. Und das sind hier eben 10 Volt durch 1 APA. Das kann man super gut im Kopf rechnen. Das sind 10 Ohm und die gleiche äquivalente Rechnung ergibt sich für den Widerstand R2, 10 Volt durch 1,5 Ampere. Und, ähm, tja, da, wenn man das jetzt als Bruch hinschreiben will, könnte man zum Beispiel, weil es mit 2, ups, da unten muss natürlich ein Ampere hin, könnte man beides mit 2 erweitern, dann sind das 20 Drittel Ohm und das sind so viel wie, ne, 18 durch 3 wären 6 und nochmal 2 Drittel dazu sind 6,6 Periode 6 Ohm, wenn man das als Dezimalbruch hinschreiben möchte. So, damit haben wir die Widerstände schon mal bestimmt. Jetzt geht es hier darum, die Induktivitäten zu bestimmen und vielleicht erstmal diese Scheinwiderstände auszurechnen. Und, also, aus dem Wechselspannungsnetz, da ist jetzt nicht so richtig gegeben, ist das jetzt ein Spitzenwert, ist das ein Effektivwert, spielt aber eigentlich auch keine so eine richtige Rolle. Wir gehen mal einfach davon aus, dass, wenn das ein Spitzenwert ist, werden das auch schon Spitzenwerte sein oder wenn das ein Effektivwert ist, werden das auch Effektivwerte sein. Auf jeden Fall können wir aus U und eben I1, also für den Fall, dass das jetzt die, nicht die Gleichspannung, sondern diese Wechselspannungswechselstromwerte sind, eine Impedanz ausrechnen. 12 Volt durch 0,6 Ampere, das sind 20 Ohm und genau das Gleiche kann man auch für Z2 machen. Da setze ich gleich mal die Werte ein, 12 Volt durch 1,2 Ampere, das sind 10 Ohm. So, und jetzt kann man eben sagen, dass diese Impedanz sich natürlich auch genauso zusammensetzt aus dem Betrag der komplexen Impedanz hier. Und die berechnet sich eben aus R plus J Omega L, ja und von dem brauchen wir, oder J Omega L1, von dem brauchen wir jetzt den Betrag. Und den Betrag kann man eben auch so ausrechnen über den Satz des Pythagoras, Realteil zum Quadrat und Imaginärteil zum Quadrat und davon eben die Wurzel. So, und das Z1 haben wir gerade ausgerechnet, das R1 haben wir auch ausgerechnet, das können wir jetzt nach Omega L umstellen und dann ist Omega L1, oder das könnte ich auch XL1 nennen, das wäre jetzt das Gleiche wie ich, ja, quadriere das hier auf beiden Seiten, dann fällt die Wurzel weg hier und dann kann man das R1 auf die andere Seite rüber holen und dann will wir die Wurzel ziehen, also wenn man das jetzt mal relativ kompakt hier aufschreibt, brauchen wir also Z1 Quadrat minus R1 Quadrat und davon die Wurzel, ja. Das ist die Gleichung hier nach dem Omega L1 umgestellt. Und dann können wir das noch durch Omega teilen und dann kriegen wir das L1 raus, also L1 wäre XL1 durch Omega und Omega, die Kreisfrequenz ergibt sich hier aus der Frequenz, das ist 2 mal Pi mal F und wenn man die 50 einsetzt und so, dann kommen dann die bunten 314, 1 durch Sekunde raus. So, und das Gleiche kann man dann hier drüben eben sinngemäß machen für die zweite Spule, ein XL2 ausrechnen und ein L2 ausrechnen und diese Zahlenrechnung, die mache ich jetzt natürlich mal in Octave. So, und dafür mache ich auch mal mein Kamerabildchen hier ein bisschen kleiner. Und, also schreibt mal hin, R1, was wir jetzt ausgerechnet haben, das waren 10 Ohm, Z1, das waren 20 Ohm und jetzt möchte ich eben das XL1 ausrechnen, das war die Quadratwurzel von dem Z1 Quadrat minus das R1 Quadrat. So, da kommt schon mal ein Wert raus, 17, irgendwas, jetzt brauchen wir noch F, sind 50, Omega sind 2 mal Pi mal F, das sind 314, wie schon angesprochen und jetzt kann man eben L1 ausrechnen, das ist XL1 durch Omega. So, und dann kommen da 55, also wenn ich das mal rechne, mal 1 E3, um das in Millihenry umzurechnen, sind das 55,13 Millihenry. Okay, und das gleiche kann man jetzt noch sinngemäß für den zweiten, für die zweite reale Spule machen. Also hier, ich kann auch mal die 20 Drittel ausrechnen, 6,6, dann haben wir Z2, das waren 10 Ohm und jetzt kann man eben diese Rechnung für die Reaktanz machen, einfach mit dem Index 2 hier überall. Dann kommen da 7,45 Ohm raus, was plausibel klingt und dann können wir die zweite Induktivität ausrechnen und dann, wenn ich auch die nehme und mal 1 E3 rechne, kommen da 23,725 Millihenry raus. So, damit ist die erste Aufgabe oder die erste Teilaufgabe A hier abgehakt. Wir haben jetzt diese Werte alle bestimmt, einfach mit ein bisschen komplexer Zahlenrechnung, wenn man so will. So, dann nehme ich mal grün als Farbe für die Aufgabe B und jetzt geht es hier darum, diese Phasenverschiebungswinkel auszurechnen. Phi 1. So, und jetzt kann man sich überlegen, naja, der Phasenwinkel des Stromes oder, tja, den Phasenwinkel, um den es hier geht, ich würde den jetzt einfach als Phasenwinkel der Impedanz ausrechnen. Also, ja, kann man sich so ein bisschen darüber streiten, um was für einen Phasenwinkel es jetzt hier geht. Ich würde einfach das Omega L1, also ich würde einfach den Phasenwinkel der Impedanz ausrechnen und das wäre eben der Arcus Tangens von dem XL1 durch das R1. Ja, also was wäre der Phasenwinkel dieser Impedanz? Und da sollte jetzt was Positives rauskommen, weil wir eine ohmsch-induktive Impedanz haben, eine ohmsch-induktive Last, eine reale Spule. Und genauso kann man das auch für den Phasenwinkel Phi 2 machen mit der sinngemäßen Formel. Das mache ich jetzt natürlich auch hier in Octave, also XL1 haben wir hier noch als Wert und da können wir die Arcus Tangens ausrechnen von XL1 durch R1. Und da kommt was erstmal raus im Bogenmaß. Wenn ich das im Gradmaß haben will, muss ich das mal 180 und durch Pi rechnen. Dann sind das ziemlich genau 60 Grad und das Gleiche kann ich nochmal machen für die zweite Spule. Und dann sind das 48,2 Grad. Also das hier sind 60 Grad, das sind 48,2 Grad. So, damit ist Aufgabenteil B auch abgehakt. Dann geht es mal weiter mit Aufgabenteil D. Hier soll man jetzt quantitativ dieses UI-Zeiger-Diagramm stimmen oder zeichnen und daraus den Gesamtphasenverschiebungswinkel Phi und den Gesamtstrom stimmen. Und da kann man sich jetzt so ein bisschen darauf, ja, daraus könnte man jetzt ablesen, dass es hier, dass sich das Phi eben auf den Strom bezieht. Also vielleicht ist es hier oben besser. Ja, um das mal klarer zu machen. Also das, was ich jetzt hier ausgerechnet habe, wäre das Phi-Z. Ja, und da sich ja der Strom, wenn ich mal die Gleichung hier oben in Richtung des Stromes umstelle, I ist U durch Z, so im ganz allgemeinen Fall. Oder eben besser gesagt vielleicht diese Gleichung hier. Ja, dann wäre eben Phi-I 1 wäre einfach minus 60 Grad, wäre einfach das Umgedrehte, ja, weil 1 durch die komplexe Zahl macht einen negativen Phasenwinkel. Genau das Gleiche hier. Phi-I 2 wären minus 48,2 Grad. Einfach der negative Winkel. Okay, zurück zur Lösung des Aufgabenteils C. Man soll so ein Zeigerdiagramm zeichnen. Hier sind auch Maßstäbe gegeben, mit denen kann ich jetzt bei mir hier nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich kein Kästchenpapier habe und keine Lust habe, mir welches einzublenden. Aber da ist gegeben, die Spannung ist die Bezugsgröße mit einem Phasenwinkel von 0 und dann soll eben ein 3 Volt, sollen 1 Zentimeter sein, nur 2,2 Ampere sollen 1 Zentimeter lang sein. Und naja, man kann sich jetzt überlegen, wenn die Spannung einen Phasenwinkel von 0 haben soll, zeigt die Spannung ja irgendwie nach rechts weg auf der reellen Achse und die Ströme haben alle negative Phasenwinkel, die zeigen alle irgendwie nach unten in den vierten Quadranten. Also ich brauche eigentlich nur den vierten Quadranten zeichnen und deswegen zeichne ich mal das Zeigerdiagramm so. Das wird jetzt hier meine praktisch negative imaginäre Achse. Die positive imaginäre Achse zeigt natürlich trotzdem nach oben und das wird hier die reelle Achse. Und ich zeichne mal in, ich nehme jetzt mal hier so verschiedene Farben, also ich zeichne mal in grün die Spannung ein. Die Spannung sind ja 12 Volt, wenn 3 Volt 1 Zentimeter sind, wäre jetzt die Spannung 4 Zentimeter lang. Ich mache das mal so ungefähr, also 1 Zentimeter auf meinem Bildschirm, 2 Zentimeter, 3 Zentimeter, 4 Zentimeter und ein Phasenwinkel von 0, das wäre die Spannung. So, und jetzt ist ja schon laut Aufgabenstellung gegeben, dass der erste Strom hier, das soll 0,6 Ampere sein, weil 0,2 Ampere 1 Zentimeter sind, ist der also 3 Zentimeter lang und wir haben ausgerechnet einen Phasenwinkel von 60 Grad für die Impedanz beziehungsweise minus 60 Grad für den Strom. Minus 60 Grad nach unten zeigt irgendwie so nach hier und jetzt muss ich das eben, also ein bisschen steiler als 45, jetzt muss ich auch 1 Zentimeter, 2 Zentimeter, 3 Zentimeter das langzeichnen. Das hier sind die 60 Grad oder besser gesagt minus 60 Grad, das wäre der Strom I1 als komplexer Zeiger. Und das Gleiche kann man auch für den Strom I2 machen. Der ist ja doppelt so groß, also der ist ja auch doppelt so lang und zeigt, ja, um minus 48 Grad nach unten, das ist ungefähr bei 45 Grad, also deutlich flacher als das, aber trotzdem, naja, ich mache jetzt mal 45 Grad ein, ich habe hier kein Winkelmesser. Das wäre 1, 2, 3, 4, wenn man ein Lineal hat, 5 und 6 und ein Winkelmesser geht das natürlich deutlich besser und deutlich schöner und deutlich einfacher. Das ist jetzt I2, geht ja hier auch nur ums Prinzip, das sind die minus 48,2 Grad. So, und jetzt ergeben sich natürlich, also addieren sich diese beiden Ströme an diesem Knotenpunkt zum Gesamtstrom I und den kann man jetzt hier auch einzeichnen, indem ich, ja, diese beiden Ströme addiere, anhand entsprechend dieses Knotensatzes und dafür nehme ich jetzt einfach den Strom und packe den nochmal hier unten dran, also 60 Grad, das war ja ungefähr so, 1, 2, noch ein bisschen zu steil, 1, 2, 3, ja, also nochmal I1 verschoben hier dran oder genauso könnte ich jetzt den Strom I2 nehmen und den hier an das Ende dran verschieben, also das sollte auch ungefähr der Strom I2 nochmal sein und jetzt die Summe von den beiden ist eben, ja, einfach vom Anfang des Pfeiles I1 oder des Zeigers I1 bis zum Ende von I2, das ist das, was hier in der Mitte passiert. Ja, und das kann man natürlich, wenn man ein Lineal hat und so kann man das auch ganz wunderbar einzeichnen, das sollte jetzt der Gesamtstrom sein, I, der sich hier oben als Summe von I1 plus I2 anhand dieses Knotensatzes hier an dem Knoten ergibt. So, und von dem kann man jetzt natürlich auch einen Winkel ablesen, wenn man das mit einem spitzen Gleichstift und einem Lineal und Geodreieck und Winkelmesser und so auf Millimeterpapier gezeichnet hat, kann man den jetzt auch ablesen. Ich würde mal sagen, das sind, ja, irgendwie, weiß ich, roundabout minus 55 Grad oder sowas, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil der ist ja länger, der gewinnt mehr, also sagen wir mal vielleicht 53 Grad jetzt so geschätzt, die drei sieht ein bisschen aus wie nach, 53 Grad, so, und von der Länge her, naja, der war 3 Zentimeter lang, der war 6 Zentimeter lang, die zeigen ja ungefähr in die gleiche Richtung, also sollte jetzt ein bisschen was kürzeres als 9 Zentimeter rauskommen, also ich würde mal vermuten, dass I-Betrag, ja, vielleicht sowas ist wie 8,5 Zentimeter und jetzt müssten wir das wieder mal, also die beiden zusammen wären 1,8 Ampere, ein bisschen weniger, ich sage mal vielleicht 1,7 Ampere, irgendwie sowas, ne, und das wären eben die 9 Zentimeter mit entsprechend 0,2 Ampere pro Zentimeter, also roundabout 1,7 Ampere, wahrscheinlich ein bisschen mehr, 1,75 oder sowas, keine Ahnung. So, das wäre jetzt das Zeigerdiagramm gezeichnet und daraus haben wir jetzt auch den Gesamtphasenverschiebungswinkel bestimmt, das wäre das hier und auch den Gesamtstrom bestimmt, das wäre das hier unten, das haben wir jetzt abgelesen und weil das jetzt ja so ein bisschen ungenau war, würde ich jetzt sagen, ich rechne das ja einfach nochmal aus, also wir sagen jetzt I1, ja, der Strom I1, der ergibt sich eben aus 0,6 Ampere laut Aufgabenstellung mal Exponent von minus J mal diesen Arcus Tangens, den wir da gerade hatten, Arcus Tangens von XL1 durch R1, ja, so und da kommt jetzt direkt was raus, komplexe Zahl als in der kartesischen Form Real- und Imaginette, hier können wir schauen, I1 hat 0,3 Ampere und minus 0,52 J Ampere, das passt ungefähr zu meiner Skizze hier. Genau das gleiche können wir natürlich für den Strom I2 machen, der hat da als Amplitude 1,2 Ampere und hier müssen jetzt eben XL2 und R2 stehen, um den richtigen Phasenweg dazu zu geben und das sind minus 0,8, minus, nee, also plus 0,8, das ist jetzt diese Länge hier als Realteil und der Imaginärteil ist ein bisschen größer und zeigt auch nach unten. So und jetzt kann ich einfach diesen Knotensatz ausrechnen und sagen, Gesamtstrom ergibt sich aus I1 plus I2, dann ist das einfach die Summe von den Real- und Imaginärteilen und davon hätte ich jetzt ja gerne den Betrag. Das sollten jetzt die 1,75 ungefähr ergeben, ja, okay, sind ein bisschen mehr, 1,79, habe ich ja auch hier nur so ungefähr hingeschrieben und von dem Strom I1 können wir jetzt auch den Winkel ausrechnen und der kommt im Bogenmaß raus, wir wollen das aber im Gradmaß haben, also multiplizieren wir mit 180, teilen durch Pi, dann sind das minus 52 Grad, ja, und ich habe hier minus 53 Grad abgelesen. Also auch das passt für diese sehr grobe Skizze hier ganz gut. Und damit ist der Aufgabenteil C auch abgehakt, abgehakt, sodass jetzt schlussendlich noch der Aufgabenteil D bleibt. Dafür nehme ich mal einen schwarzen Stift, auch wenn er sich am wenigsten abhebt und versuche mal das noch irgendwie vielleicht hier an die Seite zu schreiben, wo noch so ein bisschen Platz ist. Also es geht jetzt darum, die Strom, Spannungs- und Stromzeitfunktion tatsächlich mal hinzuschreiben. Tja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, sind das hier Spitzenwerte, sind das Effektivwerte? Ich gehe mal davon aus, weil hier große Buchstaben stehen, dass das Effektivwerte sind, ja, und kein Dach drüber, was irgendwie auf den Spitzenwert hinweisen würde. In den Zeitfunktionen brauchen wir aber unbedingt Spitzenwerte, also nehmen wir einfach alle Spannungen und Ströme, die wir hier haben, rechnen die nochmal Wurzel 2. Also kommt da raus, U von T ist Wurzel 2 wegen der Umrechnung vom Effektivwert in den Spitzenwert, mal U mal die 12 Volt. So, und mal, jetzt ist auch die große Frage, entscheiden wir uns hier für ein Sinus oder ein Kosinus, steht auch nicht da, wir machen das mal mit einem Sinus, ist jetzt auch beliebig, aber fest, Hauptsache wir machen das bei Eingleich. Ja, also mal Sinus Omega T, entsteht ja hier unten, der Phasenwinkel soll 0 sein, schreibe ich vielleicht nochmal explizit hin, plus 0 Grad. So, okay, das wäre die Spannung, dann können wir das für den Strom machen. I1 wären also Wurzel 2 mal 0,6 Ampere mal der Sinus von Omega T minus den Phasenwinkel, den wir hier ausgerechnet haben, minus 60 Grad, ja, der sich hier unten auch aus dem Zeigerdiagramm ergibt. Der Strom I2 funktioniert genauso, das sind Wurzel 2 mal 1,2 Ampere mal der Sinus von Omega T minus diese 48 40,2 Grad. Und der Gesamtstrom I2 wären eben Wurzel 2 mal, teils nehme ich vielleicht mal besser die genauen Werte hier, also 1,79 Ampere mal Sinus von Omega T und der Phasenwinkel, das waren minus 52,1 Grad. So, und damit ist der Aufgabenteil D auch abgehakt und dann ist das hier eine, ja, sehr schnelle, übersichtliche Lösung, dieser aus meiner Sicht jetzt nicht so wahnsinnig schwierigen Aufgaben, muss ich hier so ein bisschen überlegen, was passiert eben im Gleichspannungsfall, was passiert im Wechselspannungsfall und man muss ein bisschen mit komplexen Zahlen, komplexen Impedanzen, Phasenwinkeln umgehen können. Und dieses Zeigerbild, was jemand in die Aufgabe eingebaut hat, ist glaube ich eher so eine eingebaute grafische Probe, wenn man das hier gewissenhaft zeichnet, kann man eigentlich auch bei der Rechnung gar nicht so viel verkehrt machen.